Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Am heutigen 25. Januar 2023 bestreitet die BSG Chemie Leipzig gegen Rotwals Erfurt ihr erstes Testspiel unter eigenem Flutlicht. Es ist eine Premiere für den Verein, es ist eine Premiere für die Fans, es ist eine Belohnung für alle, die sich in der Initiative Flutlicht für Leutsch engagiert haben, um den Tag heute unvergessen werden zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chemiker auch für die eine oder andere Aktion sorgen werden, die mit dem heutigen Tag in Erinnerung bleiben werden. Ich nehme euch jetzt mit in den Affektionssportpark, in den AKS. Würde mich an dieser Stelle natürlich freuen, wenn ihr dem Kanal ein kostenloses Abo dalasst. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights vom Spiel. Auf Wiedersehen. ión Der Wettbewerb Das war's für heute. So freil, so freil, so freil. 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 So freil, 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 so freil. So freil, so freil. So freil, so freil, so freil. Das Arschchen geschlafen wurde, aber wunderbar geschlafen. Das Arschchen geschlafen wurde, aber das ist nicht so gut, aber das ist nicht so gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, unser Geist, unser Geist, unser Geist, unser Geist wiederholt. Nein! Geist, unser Geist, unser Geist, unser Geist, unser Geist! Vielen Dank!